Wie lange dauert Baniwangi zu Jember? In der Nacht schafft man es in zwei Stunden, am Tag dauert es meistens drei. Woher kommen Sie in Deutschland? Aus Ausburg des Umgebung Düsseldorf? Ja, im Süden Deutschlands, in der Nähe von München. Ein anderer Ausburg? Ja, es gibt zwei. In der Nähe von München. 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 Ich habe eine Ausbildung in Deutschland, bei Giergnoein. Ja, das ist keren. 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 Das ist keren, bei Giergnoein. Das ist keren. Bei Giergnoein. Das ist keren. Wie machen wir die Kirgnoein. Deutsche, aber nicht hier in England, in Großbritannien. Ja, ich kann mich erinnern, aber ich muss außer die 40-50-Jährigen. Was machen Sie hier? Berufs, Ihre Beruf? Im Moment bin ich Freitag. Ah, gut, ausgesagt. Können Sie dort in Banyuwangi, Herr Lundin, Herr Lundin, ja, der ist aus Schweden, ja, John Lundin, ja. Seine Frau ist mit meiner Frau in die Schule gegangen, in der Treffens, Herr Kukut. Können Sie, bitte, finden Sie meine beste Mütze, ja, ich werde mal stellen, wenn ich ihn treffe, denn er ist jetzt meistens in Karkan, also das muss man selbst wissen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Bis zum nächsten Mal.